Hi, ich bin's Maximilian und in diesem Video zeige ich euch, wie aus so einer Baumarktachse so ein schönes Buschkraftball baut. Los geht's mit dem Video! Bis zum nächsten Mal. 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 Schreibt gerne den Like button. und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.